Halt mich da raus. Ich hab schon wieder meinen Namen gehört. Willst du nicht nach links? Ja. Ich fahr nach links. Wenn du mal am Anfang drauf gehst, überlebe ich meistens. Ja, genau. Und wenn ihr drauf geht, dann bleibe ich bis zum Ende am Leben. Ja, stimmt. Stimmt. Wenn du überlebst, dann... ja, doch, ist wirklich so. Komisch, oder? Wir entscheiden, dass wir alle drei am Ende am Leben sind. Oder auch nur zwei. Na, in der Regel, als ich mit Toni zusammengespielte, ist immer Toni drauf gegangen als erstes und ich hab überlebt. Und hab die Punkte gefahren, bis zu mal 2000. Nett. Und wenn ich drauf gehe, dann bleibt Toni am Leben. Wahnsinn. Nö, 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 nö. Da fahr ich jetzt nicht als erstes rein. Viel Spaß, Omar. Fahr mal hin. Guck mal, wer da ist. Das letzte hat mir gereicht. Bin hier direkt hinter dir, ey. Der blitzt auch schon da vorne weg. Léviouzant. Ooooooh. Ooooooh. Nö, ha, 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 ha. Hahahaha. Na los, Fox, rein da. Hahahaha. Attacke. Ich fahr hier zwischen den Inseln durch, werde hier in den Kanal erstmal... erstmal kein feind in sicht fox kein feind in sicht doch dass das drin wollte gerade sagen aber wird gerade eingenommen na toll zerstörer post mal sein herr sicher alles andere würde ich sehen alles andere würde ich sehen was steht hinter da da war es gesehen aufgeploppt er schmeißt schon seine torpedos darin vor angst dazu schlöre auf der linken seite rechtsseite äh kann der mal aufhören so schnell zu sein die furu taka mittenbau ist gerade eine oma hamburgisien was für ein name ich hab ja nicht getroffen ey oooh oooh der andere zerstörer oooh nicht getroffen das ist ja lustig wer der gegner ja so ich smoke mal ne runde ne war der phoenix ist eigentlich nimmer was beschoss da ist er ne katze ja pulize katze aua macht's kapott ich will den zerstörer putt machen aber nicht so einfach eine kanone haben sie beschädigt toni ich komm zurück kann nicht sein dass ich ständig hier mein main target bin das geht gar nicht das geht gar nicht ja ja da machst du alle oh man verfickt der torpedo ey gerade so an der nase kraft ich komm mit ne mücke in die nase ich komm mit ne anfall hier ich hab überhaupt gar nichts erreicht nichts null nada torpedos krass krass es kann so viel gerecht ver hätten kann doch nicht so schwer sein waaw ein treffer ich verliere aber auch immer gegen feindliche zerstörer aber ich bin auch blöd in die insee gefahren Willkommen unter dem Leben, wir treffen uns! Boah! Was? Boah! Uh, ach da hinten ist der Zerstörer, ne? Happy Birthday! Du solltest vielleicht nicht flüstern, wenn du beschossen wirst, weil ich auch erkenne, dass du beschossen wirst! Hab doch gesagt, Boah! Ich glaube, er hat mich noch, komm zurück! Was eher wahrscheinlicher ist, ist, dass er mir eins von Latz knallt. Langsam klappen wir da, wo man sich verziehen darf. Langsam. Ach so, also eher wie... Ich dachte sonst nur, was war es. Das ist Stufe 1! Stufe 1? Warum hier? Und ich halte doch irgendwie gleich vor! Und ich treffe ihn nicht! Tja, das wär lustig. Oh, hier vorne kommt einer raus, direkt links. Hm. Oh, da ist einer, da ist einer. Als erstes geht das vom Spedo da rein. Der ist ja längst vorbei, trifft er die Wyoming. Da siehst du, nice! Oder er zerstört die Wyoming vorher, ist auch gut. Dann ist es zur Wesenkeit. Es ging ja nicht darum, dass ich die Wyoming treffe oder dass ich ihn treffe oder irgendwas. Es ging nur darum, dass er nicht da durchkommt. Dass er Tony weiterjagt. Ach so, ja. Das wäre unpraktisch. Da hat die Mistzau sich rausgesmoked. Wie, jetzt beschießt der mich auch noch von da aus? Ja. Das ist ein ganz Dreister. Oh, wie so! Wie, jetzt haut er ab. Oh, ui, 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 ui! Oh, ui, 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 ui! Ja, das war so klar! Sauf doch ab, ihr scheiß-Digger! Da will ich das nur ein-Kassig-... Boah! Ich will mit dem nicht spielen! Tony, der macht mich tot! Komm doch her! Ja, was soll ich denn machen, wie denn? Das ist ja unsichtbar, oh mein Gott! Lock ihn zu mir! Lock ihn zu mir! Ich kann ihn so weit chasen! Oh, die kommt doch einer bei mir raus! Oha! Oh, da ist ja noch einer! Oh nein, der fress nicht! Wie viele Zerstörer mit den 3 Stunden! Oh, der Speismilz garantiert! Torpedos entgegen! Welcher hat er mich gekillt? Ich weiß es nicht! Ich glaube, der Ding ist schon zerlegt da! Aufgeachtet! Nice! Aber da kommen doch Torpedos! Den muss ich von Tal nehmen! Das war richtig! Direkt auf der Nase! Oh, der hätte hier unten fast noch die New York getroffen! Der Torpedos, der an dir vorbei ist! Also einer davon! Hey, du Scheiße! Du kannst nicht so weit schießen, du blöder Assi! Er kann doch so oder so nicht so weit schiesen! Er kann doch so oder so nicht so weit schießen! rückwärtsgang rückwärtsgang da hast du mich vor ich hab ihn getroffen irgendwo da vorne ich hab ihn getroffen ich semmel einfach mal an der gesalbe rüber nichts getroffen ich wills gar nicht wissen ich geh jetzt weg soll die New York kalt machen ich hau ab er macht mich kalt mir scheißegal du kannst es doch nicht tun soll er dich holen soll der Teufel dich holen ich hau ab hier rum ganz gemütlich tja helf mich nochmal wo hast du mir geholfen ich schmeiße gleich Torpedos rein ich hab den beschossen da muss er abgehauen ja genau hab ich gesehen wie er mir hinterher getuckert dass so ein Torpedos abgefeuert hat drauf geschissen hat er außerdem kommt da vorne gleich noch einer raus so wenn jetzt Oma auch da lang fährt dann könnte ich mit der Oma auch da rein fahren und dann könnten wir uns den holen aber Oma hat auch Angst da kommt er da ist er du Sau da ist er okay wir sollten hier raus Torpedos Gott fahr doch du dummes Ding fahr da komm da siehste ich sehste kommen Mietze Katze Tschüss Tony oh hast du ja ein Schwein hast du ja abgesoffen Achtung da kommt doch eine Mietze Katze das ist voller Mietze Katzen hier oh mein Gott Tony die Mietze Katze kommt jetzt auf der anderen Seite raus und will dich holen ja das soll auch so hier kommen jetzt die Mietze Katze Mietze Katze juhu zwei Treffer ich versuche hinter dem rauszukommen vielleicht klappt es ja Versuch keine Torpedos abzukriegen Es nebelt der Arsch auch noch Versuch nicht zu sterben bitte Oh, ist mit ihm da hinten los Oh, ich hätte ihn fast erwischt Wort geschützt, Wort geschützt, schieß los Schieß, schieß doch Jetzt machst du gleich Puff und ich bin weg Der ist tot, oder? Hast du ihn gekillt? Der andere hat ihn gekillt Der ist tot, ja? Kriegst du die Erober hinter dir noch? Nee, das war jetzt, jetzt konnte ich nicht mehr gedreht Hätte ich vorher wissen müssen, dass der den gekillt hat Dann hätte ich drehen können Dann wäre ich gar nicht erst reingefahren Blöde Mieze Katze Aber vor allen Dingen, ich habe auf den geschossen, aber nicht erwischt Das ist so ätzend Mein Gott, jetzt zieh doch rum, Mensch, was ist denn los mit dir, du komisches Ding? Da kommt schon wieder eine Mieze Katze Hm, fahr am besten außen rum Mitsuki Inc., oh, hier vorne kommt auch gleich was Sind da alle schönen Reichwelte von denen aus Denn die Mitsuki da drin, die auch sehr unschön aussieht Ich muss lieber außen rum fahren und die Erober holen Torpedo Torpedo? Torpedo? Wann, Jo? Die Dimpel da, up, duck, duck, duck Die fährt mit ein Drittel voller Fahrt, oh Ich treff das Ding eh nicht da hinten, ey Oh, was ist das Scheißding, mit dem Popel live, oder ist das tot? Ja, Ober, die müsste weiter rechts sein Vielleicht hast du denn hinter die Insel gefahren Oh, New York ist weg Oh, naja, scheiß drauf Oh, verloren Ich glaube mit einem Popel, Leistung ist da durch die Zukunft 47 Erfahrungen